Hallo, hallo, willkommen zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Elisabeth und ich freue mich auf eine sehr gute Videos zu bringen. Und ich freue mich auch sehr, wann die Videos kennen. Ich bin sehr dankbar für all die, die meine Videos gesehen haben und die mich immer wieder zu sprechen. Ich bin sehr dankbar für alle, die meine Videos gesehen haben. Ich bin sehr dankbar für alle, die nur noch einmal zu sein werden. Ich weiß noch nicht, wie es noch einmal zu sein werden. Aber du weißt, wer du bist, wer du bist, wer mich kan. Und ich will mich sehr dankbar für die beiden, die mich gefunden haben, was ich immer kan. Und ich habe erst nicht wieder zu sagen, wo sehr dankbar ich sind für das. So, da lässt mich ganz kurz zu sehen von diesen Videos merken. Und aber doch, ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr gesehen, ob mein YouTube-Channel so sehr gut ist. So, ich möchte mit dem Motto sprechen, dort wieder schicken, wann die glauben freundlichen, so eine Dinge als das. Und ich habe für 2025 sehr große Dinge im Plan, sehr feine Dinge im Plan. Und aber von dir wird von deinen Dingen nicht reden. Aber ich freue mich sehr für das Jahr 2025. Und so, anyways, von der aus war auch ein Video von, wo ich mich in den zweiten Hand gekauft habe. Und so, dort sind nicht unbedingt Dinge, die mir fehlen bleiben. Aber wenn ich das sage, da brauche ich mich von zwei Memories oder Gedanken von ihr. Aber wenn ich heute noch tue es wieder. Und so, ich wollte diese Wesen, das ist nicht toll, was ich mich gestern habe bei den zweiten Hand gekauft. Aber das erste Wesen, das ich mich gekauft habe, für einen von meiner Freundin. Ähm, jetzt eine kleine Haube. Und so, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da bloß war, dass ich ein Schmackere merken. Oder, was ich da bloß hier losnehme. Und so, ich will sagen, dass ich gerade so empfehlen kann. Und dann, weil ich dort drei, wo ich da nicht nahe. Aber das kann ich bloß nicht loslassen. Und ich weiß noch nicht, wann mein Freund dort was sagen. Weil ich auch da war geben. Aber, anyways, das sage ich doch. Und das gleich, ich bloß so gerügelig sage ich das. So, das will ich bloß auf Ehrenskeiten verhören. Und so, anyways, dort ist die zwei Dollar. Und das ist das erste, was ich gestern mit meinem zweiten Hand gekauft habe. Und so, für dich wird in Bolivia sein, wann die das sein. Und, äh, na, I guess hier in Kanada wird das auch sein. Vielleicht hast du doch gesagt, was das mitgebracht von Bolivien. Aber, früher wird das von Bolivia sein. Seht ihr das bekannt? Ja, das bringt mich so viel Gedanken, drei. Die erste Schiebe, die ich nun kriege, ich bin 22 Jahre. Und, äh, ich ging bei einem Lied. Und, äh, ich glaube, ich hatte den Haltlesen. Und da hat den Färschloten utgegeben. Und dann, die Frau, mir und meine Sästere, gier ich zwei Säner Schieben, wo diese Kalle haben. Aber, äh, ich war sagen, äh, ich bin ein Bruder, dass ich noch zwei Schieben habe. Aber, anyways, äh, ich bekennt von vielen seiner Dinge, die ich erzähle. Aber, von der verhält sich das andere, die Sachen Händstoffe. So, äh, ich geh 50 Cent für das kommt hier. Und, ein Dollar und 50 für diese Kalle. So, wir gleichen, äh, Salads, und wir gleichen auch garanteen. So Menschen läuten an, dass sie da. Ich sag nicht, ich kann das, wo ich mal gelebt. Aber, ich kann das nicht hier, dass so Menschen sagen, dass es dort ist. Und, das ist auch okay. Aber, anyways, diese Kalle, das ist eine Art du Kalle, der, wo ich kriege, so eine Dinge aus dem Brotten. So, das sind zwei Dinge, die ich nicht kenne, die ich fand heute. Und, das ist ein Teil von Jundbeuten, ich lege so ein Beker. So, ich habe mir ein Buch, oder, ein paar Beker, über dieses Buch, ich will, du werden lesen. Und, wenn du etwas fernst, wenn du abgehend bist, dann wird, von dort, Videos machen. Und, äh, wenn du dich interessierst, und, äh, und so, für das Buch, ich gebe euch 50 Cent. Wir werden lesen, gerühlig so ein Schein. Wir werden fern, bloß so und auch. Und, wenn ich allein lesen soll, und, äh, ich habe in den Videos gemerkt, wo ich lesen soll, und, äh, 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 der Little Book of Roses, der Kleine Böck von Rausen. Und so, wenn ich noch ein Böck habe, das auch, ich will es direkt lesen, oder at least einmal immer gehen, dass ich weiß, was es ist und was nicht in der Böck ist, dem Wiedersehen, wie man es ist, dann wird das Függen lesen. Oder irgendwie, irgendwo von dort, und dort wird 50 Cent. So, ja. Dort wird, was ich gehört, und dort sind doll, bloß Bibelfarschen, und dann ein klein bisschen, was ich sage, was der Mensch hat durchgenommen, über die Bibelfarsch. Und so, ich weiß noch nicht, von, was es waren für Bäcker sind. Ich kaufte mir die Gästerin, wie im Böck und so ein Drucker da. Ich habe ihn nicht mehr angekickt, wo er ein Böck ausfängt. Und dann, und dann, wo er von dort wieder geht. So, das ist alles, was ich mir in der Kopf geholt bin. Und, ähm, ich hatte das hier nicht, ob er mir mal, gleich 5 Dollar, oder so. So, ich habe sicher nicht viel Geld gebraucht, bin ich hier. So, anyway, so, ich danke für die Kette, und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm, mit dem Leben wünschen, wenn das Leben noch schwer ist. Aber, wer wird uns, wer wird, und denken, dass Gott regiert, und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm, begriff, belegt. Whan die F oder schwach und dann macht den Feind fliehen und ein Ding, wo mir immer so abgeholt ist oder so wichtig ist im Leben, dass man wie ans Kleindern, wie als Kängelgottes ans Kleindern, dort kann die Feind nicht handeln, dann kläft die aus. So, so ein kleiner Fass ist dort immer, jeden Gott. Das ist eine kleine Brücke für den Feind, das ist ein schrecklicher Tier, das braucht die Säulen, Menschen in der Halle zu schatten, ein Säber in der Nähe zu schlafen, kann eine eigene Wirtbrücke, aber manchmal kann es bloß sein, wo die Menschen bloß umpackt und schlappt in der Halle, ohne dass sie dann denken, wo die Hand geht. Und so, wenn wir dann denken, dort wird immer wieder in unserem Leben, Gott, der wei dort und Gott, die Reaktionschaft, wie man eine Reaktionschaft aufgeben für alle Dinge, was wir tun. Und ich wünsche mir grünlich sagen, ich kann so viel jeslich wissen, dass die Menschen dort wirklich können sein, dass Jesus in meinem Hort wohnt, und dass das die Harsche und das die Kenne ist, immer mein Körper. So, auch immer meine Säulen, meine Reaktionschaft, meine Gedanken, und wo ich mich verholt habe. Und das braucht viel von einer, das nicht so studiert ist. Nein. Aber Gott, das Wort nicht abgeben. Und wir haben uns einen Dufre, mich bloß zu sagen, dass Gott uns anschaubt. So, ich mag Gott euch wirklich sehen und dann reden wir los. Und wenn ihr diese Videos liegst, gebt mir einen Daumen nach. Und dann, wo wir mal sagen, wird das ein Jahr was. Und jetzt haben wir noch mal den Anfang, über was wir mal sagen, wird Gott das Jahr für uns haben. Ich habe schöne Pläne und ich will euch mit euch mitteilen. Und wenn ihr von dir wollt, dann schlussmerken für diesen Video. So, danke schön für die Kenne und Gott mit dir.